So, ich war mal so frei und habe jetzt jemanden gefragt, wie er das hinbekommen hat. Also, Dankeschön nochmal an den Axos Zombie fürs Tipp geben, wie ich das schaffe. Er meinte, ich muss in der Luft die rechte Maustaste gedrückt halten und mich dann bewegen. Und dann kann ich flippen, wie ich möchte. Ich hoffe mal, er hat recht und probiere es jetzt mal. Ah, schaut euch an. Das war ja wohl erfolgreich. Dankeschön also für den Tipp, es hat funktioniert. So, aber wieso wertet er das denn jetzt nicht bei meinem Tutorial? Okay, wir machen nochmal einen Backflip. Ach ne, das war der Frontflip, okay. Also soll ich doch... Ach so, vielleicht nur... Vielleicht nur 360 Grad und nicht mehr. Okay, dann können wir das jetzt so probieren. Hallo. Ne, das funktioniert jetzt nicht. Also irgendwie muss ich das doch hinkriegen. Vielleicht auf das Auto springen? Hui. Na komm, der war ja wohl super. Okay, 250 Meter weit. So, was mit dem... Gut, mit dem LKW wird das nicht mehr funktionieren. Aber ich werde bestimmt irgendwas finden, was ich... Was ich hier rumflippen kann. Hui. Zum Beispiel mich. Das war aber nicht der Plan. Oh, da ist ein Ball. Bälle funktionieren auch bestimmt. So. Na komm, 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 komm. 192 Meter. Okay. Wir waren schon nah dran. Es war aber noch nicht perfekt. Oh, da ist der Ball. Hallo, Ball. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Ball? Ach da. Ball, 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 ball. Da ist der Ball. So. Platz. Also nicht platzen, sondern im Sinne von Sitz. Also still. Also aus. Hallo, Ball. Aus. So, jetzt aber. Wo ist er hin? Bestimmt im Weltraum. Das hat offensichtlich doch noch nicht gereicht. Okay. Kann ich dich? Oh. Sie lebt ja noch. Hm. Lebt sie immer noch? Krass. Mülleimer. Vielleicht muss ich mich selber wieder flippen. Das funktioniert, glaube ich, sonst nicht anders. Ich renne, 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 renne. Wow. Das hat nicht funktioniert. Das war total kreativ. Und. So. Ich bin jetzt nicht so die grazilste Ziege. Gebe ich zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben hier irgendwelche Bugs, die sie hatten, zu einer Art Tugend gemacht. Blumen. Blumen. Keiner mag Blumen. Ziege mögen keine Blumen. Da ist eine Rodelbahn. Ich möchte rodeln. Ich weiß auch wie. Ich gehe oben hin. Gehe runter. Und drücke Kuh. Wuhu. Das war witzig. From mattress to trampoline. Es gibt also auch Punkte. Jump on mattress. Verrückt. Ui. Gut, das war jetzt nicht so grazil, aber naja. Aufstehen. Wir müssen hier, ähm, Objekte bewegen. So, jetzt laufen wir und suchen uns irgendwas, was wir herumschießen können. Am besten kein LKW, denn die sind zu schwer. Ups. Lalalala. Lidum, lidum. Ich bin deine kleine Ziege. Ja, ja, ich war nicht so gut. Ja, ich war nicht so gut. Boah, die leben ja alle noch. Das waren keine 200 Meter. Schade eigentlich. Oh, was ist das? Da ist eine Uhr. Da ist eine Uhr. Die macht Uhr-Dinge. Hallo Uhr. Start Time Trial. Do you wish to start a Time Trial run? Score as many points? Achso. Ne, das möchte ich nicht. Ich bin ja noch beim, äh, ich bin ja noch in der, im Story Mode oder so. Uuuh. Oh. Achso, ich müsste ja draufbleiben. Ui, das war nix. Töp, 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 töp. So. Wir scrollen mal wieder rein. Das waren keine 200 Meter. Ich brauche irgendwas, äh, Handliches. Also jetzt keine Menschen, die sind nicht so handlich. Diese Kiste, ist die handlich? Hm? Das waren keine 200 Meter. Was ist das hier denn? Was ist das? Ach, das ist eine Trophäe. Was habe ich denn damit jetzt gemacht? Aua. Ich habe es, glaube ich, kaputt gemacht. Oh, hallo. Was ist denn leicht genug, um 250 Meter zu fliegen? Dieses Fass vielleicht? Äh, ja. Fast. Also fast. Oh Gott. Tütz würde jetzt schon wieder meckern, dass ich Geld in die Wortspielkasse zahlen müsste, wenn wir eine hätten. Also in die fiktive Wortspielkasse quasi. Die Map-Grenzen, unendliche Weiten, oder so. So. Ich meine, hier ist jetzt Platz genug, um diese 200 Meter zu schaffen. Das Ding ist halt, dass ich nichts... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das denn? Oh, das ist ein Mensch. Oh, den habe ich wohl mit diesem Fass getroffen. Na ja. Dinge passieren. Würde ich sagen. Oh, da steht jemand. Guten Tag. Ist so eine Dose leicht genug, um... So, und... Reicht das? Nein, offensichtlich nicht. So, anvisieren und... Anvisieren und... Anvisieren und... Anschleichen. 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 Und... Ranscrollen. Und anschleichen und... Machen wir nochmal. Wartet. Wartet. Och, Katze. Jetzt ist die Katze auf den Mauszeiger gesprungen. Ich hatte doch eigentlich was anderes vor. Anschleichen. 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 Okay. Äh, wie mache ich das am besten? So. Nom, nom, nom. So. Oh. Er hängt an meiner Zunge. Okay. Nehmen wir mit. Äh, lüle. Ich muss das unbedingt mal... Moment. Ich muss das nur mal sehen. Ganz kurz. Äh. So. Da. Hm. Hui. Oh Gott. Das ist, äh... Ich lasse ihn mal los. Ach, mein Score von 250 Metern habe ich immer noch nicht geschafft. Was ist das? Stonehenge? Sieht ein bisschen so aus, ne? Gehen wir mal hin und schauen, was da ist. Guten Tag. Hallo Stonehenge. Oh. Nein. Äh. Das war... Nicht meine Absicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Goathenge ist... Äh. Autsch. Na gut. Hui. Okay. Einfach mal, äh, kulturelles Vernächtnis hier ruinieren. Machen wir. Läuft. Hui. Joop. Jump. Over. Goathenge. Hui. Das ist... Steht alles noch. Headbutt. 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 So, steht hier noch ein Stein? Das sieht noch viel zu ordentlich aus. Hui. So. Sehr schön, sehr schön. Das sieht auch alles noch viel zu ordentlich aus hier. Wo bin ich? Ach, irgendwo hier drunter. Und... Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Hier sind heile Autos. Vielleicht befördern die mich 200 Meter weit. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Und das andere ist kaputt. Ach, Dreck. Auch das hat nicht geklappt. Okay. Was haben wir hier? Ist das ein Kornkreis? Was ist das? Headbutt. Beacon. 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 Ah, das ist ein Beacon, Beacon. Beacon, Beacon? Beacon, Beacon. Beacon, 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 Beacon. Oh. Beacon, 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 Beacon. 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 kann. Und zwar soweit, dass ich meine Punkte dafür kriege. Also muss ich mir was anderes suchen. Was haben wir? Ach hier, das ist ein Mensch. Menschen eignen sich nicht so gut dazu. Aber ist das ein Ball? Ist das ein Ball? Oh, das ist ein Ball. Okay. Anvisieren. Na, das ist gerade irgendwie im Weg. So. Einvisieren. Einvisieren. Und, und. Kurz losgehen. Und. Puh. Hat es gereicht? 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 Wo ist der Ball? Ball. Bahall. Oh Gott, ich habe den Ball verloren. Ball. Bahall. Bist du hier vielleicht in den Brunnen gefallen? Ich komme wieder raus. Ball. Ach, ich habe den Ball verloren. Ball. Bist du auch nicht? Oh. Kein Ball mehr da. Hm. Dann versuchen wir das hier hin. Ist das Haus im Weg, ne? Oh. Oh, ich habe über das Haus geschossen.